Opa, Schuss! Pflicht von Wiedern! Opa! Geht's dir gut? Hurra! Oh, so viel Technik, aha. Alter, mehr mit der Technik. 7, 1, 3, 5. So, mal gucken, ob er rangeht, der junge Mann. Wieso ruft denn Opa jetzt aufm Handy an? Opa! Max! Hallo, ja, Opa, du bist im Discord, hab ich dir doch alles eingerichtet. Ich bin, ich weiß nicht, wie ich da reinkomm. Opa, setz die Kopfhörer auf. Ne, die Kopfhörer? Ja, dann hörst du mich. Opa! Hallo, Opa, hörst du dich? Max! Ja, hallo. Ja, jetzt hör ich dich, Max. Mach heute deinen Account richtig, damit der Dark ist, damit du der beste Ballstarts wirst, okay? Ich hab extra meinen Glücksbrotchen mitgebracht. Willst du den mal sehen, Max? Nein, ich will deinen Glücksbrotchen nicht sehen, ich will dann... Warte! Das ist mein Glücksbrotchen, den hab ich mitgebracht, dass wir heute gewinnen. Ja, hol mal dein Handy jetzt, Opa. Ich hab's doch schon. Du musst Ballstarts erst mal starten. Hab ich, Max. Schau ab. Nein. Jetzt ist alles blau, Max. Gratis. Hast du? Ja. Du nennst dich... Opa, du nennst dich jetzt Opa. Opa. O-P-A. O-P-A. Und dann... Und jetzt... Unterstrich. Ich hab's, ich hab's, Max. Jetzt machst du O-P. Opa, O-P. Ja, hab ich, Max. Und dann Günther. Gün... Mit T-H. Ja. E-R. Günther. Du machst das zu schnell, ich hab mich doch schon wieder vertippt, Max. Ha! Jetzt heißt du Opa, O-P-Günther. Das ist der coolste Name. Hurra! Du gehst jetzt auf die Profilbild, das ist da links neben. Der mit dem Bart, den will ich. Nein! Opa, du musst Max nehmen. Warum aber? Max ist der beste Ballarm. Da sind keine Namen, Max. Du musst Brille aufsetzen, wenn wir miteinander machen. Ich hab die Fernbrille grad aufgehabt. So, hast du jetzt Opa. Hast du? Ich hab ihn. Ha, ha, ha. Hurra! Brille wieder wechseln. Moment, sonst... Jetzt suchst du Max. 3, 2, 1, Blaster! Springt der da rum, der Junge. Jetzt gehst du aufs Spielen. Okay, ich hab jetzt gedrückt hier. So, Opa, jetzt gehst los. Oh, oh, oh. Schießen mit deiner Waffe. Wie bewege ich mich? Opa, nach unten mit links und dann mit rechts. Was für mit links? Mit den Knopf. Das Blaue? Ja, hier nach unten. Und wie greif ich an? Mit den roten. Da ist ein Baum. Opa, hier lang. Ja, ich komme, Max. Opa, Schuss! Ich komm wieder. Opa, was machst du? Angriff! Opa, du bist... Geht's dir gut? Dem Opa geht's gut. Noch ein Spiel. Komm, Opa. Warte kurz. Hast du dich eingepullert? Ein bisschen. Opa! Opa, wo bist du? Ich bin da, Max. Wo warst du gerade? Ach, der Opa, der hat nur vergessen, seine Tabletten zu nehmen. So. Geh auf. Weiter. Ich weiß doch, ich bin doch moderner Opa. Max, du musst jetzt aufpassen, weil der Opa war damals beim Bund. Opa, hör auf, so Geschichten zu erzählen. Die Jugend. Ich will dich nicht schon wieder aufregen. So, Max. Weiter. So, Opa, weißt du jetzt noch, wie es geht? Jetzt haben wir wie viel Uhr. Wir müssen bald Schluss machen. Deine Oma, die Brunnhilde, die macht gerade Abendbrot. Opa, es ist aber erst 14.40 Uhr. Da muss ich nochmal die Zeiger nachstellen. So, Opa, Angriff. Da schießt einer. Ich ziele. Opa, ich bin gestorben. Ich greife ihn an, Max. Ja, Opa, Günther, du hast einen getötet. Das ist so viel für mich gerade, Max. Ich weiß doch gar nicht, was ich... Opa, Angriff. Angriff, okay. Und jetzt mache ich wieder den roten. Oh nein, Opa. Darf ich mal einen anderen nehmen? Nein. Opa, wir machen jetzt was anderes. Ich mache jetzt deinen Account fertig. Okay. Wie viele Gämmen hast du, Gämmens? Oben rechts die grünen. Einer. Einer. Ach nee, 121. Und jetzt kaufen wir Megabox. Und was bringt mir die Kiste? Ich habe doch noch eine Kiste Warsteiner im Keller drinnen. Nein, das ist keine Bierkiste. Das ist eine... Aber... Wie viel verbleiben, ne? Aber weil du es bist, machen wir das heute mal aus. Fünf. Das ist doof, Opa. Ja, aber ich habe doch Münzen. Die sehen aus wie meine Münze. Die habe ich dir die heute schon gezeigt. Nein, Opa, ist will deine Münze nicht wiedersehen. Ich mache das jetzt einfach weiter. Das interessiert mich eh nicht. Das ist doch totaler Schmarrn, du. Nein, Opa, das ist gut. Ja, ist super, ist es. Und nun? Jetzt machst du noch einen Skin. Okay. Du musst zu den Skins gehen. Ja, bin ich. Und da gibt es dann... Ja. Jackie Bohrmeisterin heißt sie. Den kaufst du... Ja, ich... Mit grün, ne? Ja, mit grün. Ja, mit grün. Ja. Jetzt habe ich einen neuen... neuen Spieler. Nein, das ist kein neuer Spieler. Das ist nur ein anderer Anzug. Die Hose ist aber toll. So, aber Opa, du musst noch einen Code eingeben. Ich habe da jetzt Code reingeschrieben und da steht ungültig. Nein, du darfst nicht Code reinschreiben, du musst Jonas reinschreiben. Ach so, Jonas. Ungültig. Nein! Jo, Jonas. Jo, Jo. Jo, Jonas. Jo, Jonas. Super, ich habe es geschafft. So, pass auf, Max, bevor du jetzt hier anfingst. Nein, Opa, wir müssen weitermachen. Wir spielen jetzt eine Runde solitär und nachher noch Skat. Opa, hallo, nein, Opa, wir müssen... Max, das solitär... Opa, ist die jetzt weg! Ich habe das damals schon mit deiner Oma gespielt. Opa, du bist doof! Auf der Welt, Max, aber... Max! Max! Ich habe mich schon wieder eingepinkelt. So, Freunde! Ha! Ihr habt gesehen, der Opa Günni, da hat es doch drauf, ne? Aber ich war ja nicht allein unterwegs, denn heute war der liebe Clash Games mit dabei. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank. Wir haben auch einen zweiten Teil bei ihm aufgenommen, wo wir einfach mal Jung gegen Alt gemacht haben. Deshalb, Videos in der Beschreibung und im Kommentar verlinkt. Checkt das gerne ab, lasst ein Like, ein Abo da. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir haben die Bibel rein rasiert und ihr abonniert jetzt! Ganz einfach! Hurra! Und, äh, ja! Ich würde sagen, wir haben die Bibel in der Beschreibung auch noch ein Kind. Und, äh, ja! Ich würde sagen, wir haben die Bibel in der Beschreibung. Wir kommen jetzt wieder öffert. Und, äh, ja!